Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 9. Juli 2021. Ihr hört Geek Talk Daily 1040, heute mit den folgenden Themen. Studien, FIEO, Wotschnack, Norwegen und Fritz App Smart Home. Ich starte zuerst mit Studien, oder genauer gesagt eine, und die wurde in New York durchgeführt. Mit 37.000 Personen, die Wearables tragen. Unter anderem so Fitbit-Dinger von Oppo, von Samsung, von Apple, von all den ganzen Trägern. Und da hat man herausgefunden, dass dank der ganzen Datensammlung, die da basiert auf den ganzen Geräten, zukünftig der Verlauf oder auch eine genaue Erkennung von Covid-19-Fällen voraussehbar sind oder abzeichnen sich können. Tun. Super Deutsch wieder. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Grundsätzlich bin ich ja eh der Meinung, dass ganz viele Daten ganz viel Praktisches bringen können, wenn man sie dann eben auch nur nutzen würde und vor allem auch sinnvoll. Mal schauen, was aus dieser Studie wurde, wird oder was damit passiert oder ob es einfach ein Sommerloch-Thema war. FYEO, also F-I-G-E-O, ist von ProSiebenSat.1 eine Audio-App oder wie wir das unter den Podcastern auch sagen, ein Möchtegern-Podcatcher, denn über den man das ganze Podcast-Universum von eben For Your Ears Only, wie es ausgeschrieben heisst, von ProSiebenSat.1 anhören kann. Oder die Hörerin bezahlt für das Premium-Abonnent darin 4,99 in Euro pro Monat und bekommt dann Eigenproduktionen, die eben so freigeschalten wurden. Das Ganze hatte keinen langen Schnauf anscheinend, denn per Herbst diesen Jahres wird die App schon nach einem Jahr wieder begraben. Eigentlich schade, dass so ein grosses Unternehmen keinen Erfolg darin sieht, aber da merkt man halt eben, Podcast ist kein abgeschlossenes System, Podcast ist offen und frei und so sollte es auch verfügbar sein. Dann geht es weiter mit Apple oder generell mit einem neuen Gesetz, was aktuell in den Staaten sehr stark im Gespräch ist, was vielleicht kommen wird, nämlich das Recht auf die Reparatur. Ein solches soll gegeben sein und dazu haben die Initianten des Ganzen sich jetzt einen berühmten Menschen geholt, nämlich Steve Wozniak. Der hat in einem 10-Minuten-Video gesprochen, weshalb das so wichtig sei, eben dass man selber ein Gerät reparieren kann. Ohne das Ganze, ohne offene Schallpläne etc., was es damals gegeben hat, hätte es kein Apple gegeben, weil dann hätte er das Ganze nicht zusammenschrauben können. Also damals die ersten Apple-Rechner etc. Muss ich ihm grundsätzlich recht geben? Ja, ein bisschen anders, aber auch halt der Fortschritt der Zeit. Und damals in dem kleinen Rahmen hat das auch gepasst. Die Frage ist halt, will das die grosse Masse, schrägstlich kann das die grosse Masse und eben was passiert, wenn dann jeder an so einem Gerät rumschrauben kann, das kaputt macht und dann das Gerät schuld ist. In der Zeitung ist ja schnell das Gerät schuld. Wenn man dann das Richtige oder das Endergebnis herausfindet, ist es meistens anders. Ist ein schwieriges Thema, definitiv. Ein interessantes Thema hingegen aber ist ein neues Gesetz, was zumindest noch nicht final, aber erlassen wurde in Norwegen. Da müssen Influencer kennzeichnen, wenn sie Fotos reduziert haben. Egal, ob es in der Grösse geschummelt wurde, in der Farbe, in Umfang oder schlank und keine Ahnung was gemacht wurde, mit Photoshop einfach getrickst wurde, dann muss man das mit speziellen Labels, ja, wie sagt man dem, kennzeichnen. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Das gilt übrigens, oder unklar ist das, ob das auch dafür gilt, wenn man irgendwie die Fjorde von Norwegen fotografiert und da halt einen Filter drüber schmeisst. Das ist ja eigentlich auch ihre Führung in dem Sinn. Also tourismustechnische ihre Führung. Grundsätzlich eine geniale Geschichte, wie ich finde, denn der Körperdruck bei Jungen ist nicht kleiner geworden durch die ganzen Social-Network-Geschichten. Ob und wie das Ganze dann umgesetzt werden kann, ist auch wieder die andere Frage. Aber auf jeden Fall sollte man das Ganze ein bisschen schärfen. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Neuigkeit für alle FritzApp-Nutzer, oder besser gesagt FritzBox-Nutzer, die auch Smart Home-Produkte von AVM einsetzen. Die FritzApp Smart Home wurde auf iOS auf die Version 1.50 gehoben und die MyFritzApp auf Android auf die 2.16.2. Beim Smart Home-Bereich könnt ihr jetzt die Luftfeuchtigkeit vom FritzAct 440 auch in der App mit auslesen und im Verlauf angezeigt bekommen. Sehr, sehr praktisch. Und bei der MyFritzApp und der Android sind ein paar Kleinigkeiten, die behoben wurden. Also auf jeden Fall updaten, wenn ihr da die Möglichkeit habt und das Ganze einsetzt. Das war es für die heutige oder besser gesagt für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere Thema mitnehmen können. Ich würde mich freuen über Feedback, Rückmeldungen von euch und wenn ihr mögt, natürlich auch gerne wieder mal auf iTunes und den ganzen Plattformen, ein Kommentar oder eine Bewertung mit Sternen etc. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Genauso wie natürlich ein Abo unter Apple Podcasts, Spotify und überall, wo ihr halt dieses Podcast-Zeugs geniesst. In diesem Sinne, euch bald schon ein schönes Wochenende und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.